Hallo und herzlich willkommen zum VPN-Tiger YouTube-Channel und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach das deutsche Live-TV-Programm aus Frankreich anschauen könnt. Und wie wir sehen, wir sind hier gerade auf ProSieben, ich versuche das Ganze einmal abzuspielen, ruck die zuck geht das Ganze, wir drücken da einmal drauf und wie wir sehen, location error, sorry, this video is not available in your candy house, also wir können das Ganze aus Frankreich nicht anschauen. Wir gehen nochmal auf das ZDF, Geisterblitze, auf Leben und Tod ist das Programm heute und auch dort schauen wir, ob wir das deutsche TV-Programm aus Frankreich anschauen können und wie wir auch hier sehen, leider wird kein Videoformat von deinem Gerät untergestützt. Das ist kein Problem mit meinem Gerät, sondern genau dasselbe Problem, wir sind in Frankreich, haben daher eine französische IP-Adresse und aus dem Grund lässt uns das ZDF und ProSieben und auch andere Sender nicht auf das deutsche Live-TV-Programm aus Frankreich zugreifen. So, was machen wir also? Wir benutzen ExpressVPN und ExpressVPN ist im Prinzip eine Software oder ein Tool und ExpressVPN erlaubt uns im Prinzip unsere IP-Adresse zu ändern, heißt also wir können uns eine deutsche IP-Adresse besorgen und somit denkt dann das ZDF und ProSieben, dass wir eigentlich aus Deutschland kommen und somit können wir dann Zugriff auf das deutsche Fernsehprogramm aus Frankreich erlangen. So, das Ganze funktioniert so, wir drücken hier auf die drei kleinen Punkte, wir haben hier Empfohlen, da haben wir eine ganze Liste von empfohlenen Ländern, hier haben wir alle Standorte Asien, Pazifik, da haben wir ganz viele Länder Europa, Amerika, Mittlerer Osten, Afrika und so weiter und so fort. Alles irrelevant, da wir eben nur Deutschland wollen, wir geben also hier oben in die Suche Deutschland ein, klicken da einmal drauf, das Ganze ist nun unter Ausgewählter Standort, wir drücken auf den dicken Knopf in die Mitte und das Ganze verbindet auch schon. So, wie wir sehen, das Ganze ist auch schon verbunden, alles ist grün unterlegt und nun können wir mal schauen, ob wir denn das deutsche TV-Programm aus Frankreich anschauen können. So, ich refreshe die Page vom ZDF, drücke einmal auf Play und wir schauen, ob das Ganze denn jetzt einwandfrei abspielt. Und wie wir sehen, das Ganze hier spielt einwandfrei nun ohne Probleme ab, wir bekommen kein Error mehr. Wir gehen dann einmal auf das ProSieben, machen dort genau das Gleiche, wir drücken einmal auf Refresh und schauen, ob das Ganze nun abspielbar ist. Wir drücken auf Play, nochmal auf Play und wie wir auch hier sehen, das Ganze spielt ohne Probleme einwandfrei ab. Das Ganze, wie gesagt, funktioniert mit ExpressVPN, der beste VPN für solche Anliegen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ihr habt die Geschwindigkeit, ihr habt das unbegrenzte Datenvolumen und ihr habt 94 Länder zur Auswahl, eine riesengroße Länderauswahl. Und dann habt ihr natürlich noch den Vorteil, dass ExpressVPN nicht vom ZDF und ProSieben und so weiter, SAT1, RTL und was weiß ich, nicht blockiert ist. Und somit könnt ihr dann eben bei jedem Sender das deutsche Live-TV-Programm aus Frankreich anschauen, ohne große Probleme. Das Ganze würde mit kostenlosen VPNs in dem Fall nicht funktionieren, denn da habt ihr, wie gesagt, genau das Gegenteil. Ihr habt die limitierte Geschwindigkeit, heißt also, ihr müsst ständig mit Unterbrechungen rechnen. Dann habt ihr natürlich noch das limitierte Datenvolumen, heißt also, ihr, keine Ahnung, schaut ein, zwei Stunden und dann ist das Ganze auch vorbei. Kein Datenvolumen mehr, ihr könnt nicht weiterschauen. Und dann habt ihr natürlich noch meistens die Probleme, dass das Ganze sowieso blockiert ist, funktioniert also nicht. Und ihr habt natürlich noch obendrauf die sehr geringe Länderauswahl, heißt also, ihr habt, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, zehn Länder vielleicht und das war's. Und meistens braucht ihr, ich bin mir ziemlich sicher, gerade wenn ihr zum Beispiel andere Dinge wie zum Beispiel Netflix schauen wollt, da gilt das Gleiche. Dort ist auch, das Netflix-Programm ist nämlich auch länderspezifisch, da braucht ihr mehr als nur fünf Länder. Und ja, wie gesagt, das Ganze funktioniert mit ExpressVPN. Ich hinterlasse euch dazu einen Link in der Beschreibung, wenn euch das Ganze interessieren sollte. Ich blende das Ganze auch nochmal auf dem Bildschirm ein unter vpntiger.de slash exp. Dort könnt ihr das Ganze auschecken. Bedenkt bitte dabei, wenn ihr bei den Link in der Beschreibung einen Account öffnet, dann erhalten wir für eine kleine Kommission. Euch entstehen natürlich natürlich keinerlei Nachteile, denn ganz im Gegenteil. Wenn ihr ausschließlich über den Link in der Beschreibung einen Account öffnet, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, drei Monate kostenlos zu erhalten, 49% Rabatt auf den Jahresplan. Und obendrauf habt ihr noch eine satte 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Heißt also, wenn ihr das Ganze nicht mögt, innerhalb von 30 Tagen einfach ExpressVPN-Bescheid geben, sagen, hey, ich mag euer VPN aus welchen Gründen auch immer nicht und ihr bekommt euer Geld zurück und das war's. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn dem so ist und natürlich geholfen. Wie gesagt, wenn dem so ist, denkt darüber nach, einen Abo da zu lassen, vielleicht auch einen Like, drückt auf die kleine Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, sofern wir ein neues Video ablauten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen super angenehmen. Seid vorsichtig da draußen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann und ciao, ciao.